Bei mir sagt Pauli, Land, uns drücken und vertreiben. Das ist die Adresse, Handvoll schönster Brauerei. Die Koffer Kesselung so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das Sieg hier braun. Die Koffer Kesselung so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das Sieg hier braun. Kurze Frage und dann schnell mal nackt dir da. Was ist die beste Adresse, die Handvoll zu bieten hat? Das ist die Elbchaussee, wahrlich unerfroh. Die richtige Antwort, die lautet aber nicht. Bei Berlin, St. Pauli, Land, uns drücken und vertreiben. Das ist die Adresse, Handvoll schönster Brauerei. Die Koffer Kesselung so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das Sieg hier braun. Die Koffer Kesselung so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das Sieg hier braun. Der Pileturm der Zeitstand der Tiele an. Nach Wund kommt Ebbe, worauf man sich verlassen kann. In unserem Leser herrscht Ebbel die meiste Zeit, was ein Wunder, dass unser Bibel steigt. Bei den St. Pauli-Land-Großbrücken-Dummer-Teil, das ist die Adresse Hamburgs schönster Brauerei, die unverkesselnden so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier braucht. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen, doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier braucht. Ein Freund der Gastlichkeit, der hatte die Idee. Ein Hamburger Brauhaus im Hafen, wir ziehen Resilien. Unser Durst macht dieses Haus bei Weltbekannt. Drum stoßet an, hier an der Hafenkant. Bei den St. Pauli-Landungsbrücken-Dummer-Teil, das ist die Adresse Hamburgs schönster Brauerei. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen, doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier braucht. Oh yeah! Oh yeah! Okay! 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 Okay!